Na, keine Lust länger alleine zu sein und mal wieder nichts vor? Dann komm in den Vox SMS Chat und finde täglich nette Leute, denen es genauso geht wie dir. Chatte gleich mit, ganz einfach per SMS. Denk nicht lange nach, dein Glück wartet schon auf dich. Der Vox SMS Chat, wir bringen euch zusammen.